Einen schönen guten Nachmittag meine sehr verehrten Damen und Herren. Das weiteres Video von SNCC Gaming präsentiert von mir Robin und zwar geht es heute darum, dass heute Abend am 9 Uhr die neue Clan Wars Saison anfängt. Ihr seht hier einblendet auf der linken Seite der Tweet von heute Nachmittag. Selbstverständlich ist es auch auf der App ersichtlich, dass die neue Saison heute am 9 Uhr anfängt. Die Informationspolitik von Infinity Ward ist nicht gerade der Hammer, was sich auf Clan Wars bezieht, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist fast nicht zu finden. Darum informiere ich euch, wenn ihr heute Abend dabei seid, dann seht ihr jetzt oben drei Links. Erstens auf einen Twitch-Account, zweitens auf einen Twitter-Account, drittens auf unsere Facebook-Gruppe. Dort werde ich euch die Informationen teilen, was wir angreifen und was nicht, respektive wo das dann anschliessen könnt. Ich werde das heute Abend am 9 Uhr ein wenig unter meine Finger nehmen, weil der Rest abwesend ist und ein wenig delegieren zu probieren. Also wenn ihr heute Abend dabei seid, dann schreibt und meldet. Es wäre cool, wenn ihr möglichst viel mitmachen könnt, dass wir da gerade von Anfang an eine gewisse Leader-Position einnehmen können und natürlich etwas gewinnen. Was es zu gewinnen gibt, das ist auch allen klar. Das habt ihr in einem Video drin, das ich euch jetzt verlinken darf. Das ist gestern rausgekommen. Alle Informationen zu Clan Wars findet ihr dort drauf oder auf den drei Accounts oben drin. Wäre cool, wenn wir uns später wieder sehen würden. Danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt hoffentlich bis später. Tschüss zusammen.